Ja, wenn Sie uns einfach mal kurz zusammenfassen, wie ist man auf diesen Fall in Ansfelden aufmerksam geworden, was waren da die ersten Hinweise? Wie man aufmerksam geworden ist, das weiß ich nicht und die ersten Hinweise haben wir dann bekommen, wir sollen sofort kommen, es sind Tiere im Keller eingesperrt, die Tierheime sind alle überfüllt, einschließlich uns, aber wir müssen halt alle zusammen helfen, diese Tiere rauszuholen und das haben wir dann gemacht und wir haben eigentlich erst vor Ort gesehen, welche Missstände da sind und wir sind eigentlich alle total schockiert, also man kann das gar nicht sagen, wie schlimm das dort war, das kann man sich gar nicht vorstellen. Erzählst du es mal jetzt genauer, wie war das als erstes Bild vor Ort? Einmal irrsinnig viel Polizei, das war das erste Bild, das wir hatten und dann schon ein paar Hunde heraußen in Käfigen und dann hat der Amtssitz gesagt, also die meisten Hunde sind noch unten im Keller und wir sollen uns Schutzquand anziehen, weil das ist unglaublich und ich brauche mir nichts anziehen und dann habe ich gewusst, was los ist. Also die Hunde alle in Käfigen und so hoch Kot, die sind auf ihrem eigenen Kot gelegen, Kot am Boden ungefähr einen Meter hoch, es war finster, es war wie ein Verlies und da waren diese Hunde teilweise verendet und halt alle in so Käfigen, in so Transportkäfigen übereinander, nebeneinander. Wie viele Hunde waren da und waren da auch weitere Tiere dann quasi? Es waren 44 Hunde, es waren sechs Hunde verwest, also 44 haben noch gelebt und dann waren noch einige Hühner. Jetzt haben Sie das so betont, dieses nachgelebt, das heißt in einem guten Zustand sind die Tiere nicht gefunden worden? Die Tiere sind in einem furchtbaren Zustand gefunden worden, die sind alle Gerippe, mit Räude, mit Keradien, verwurmt, verfloht, also ganz schrecklich. Gibt es da jetzt eigentlich irgendwelche Hinweise, warum die Tiere dort waren, was man mit den Tieren vorgehabt hat? Angeblich, also das ist ein, was man halt so spricht, hat er diese Hunde für Hundekämpfe genommen und gezüchtet. Aber ich denke mir, die Hunde wollte er einfach verhungern lassen, weil sonst kann man, wenn man einen Hundekampf macht, kann man nicht mit Gerippen kämpfen. Also die hätte er, glaube ich, schon verhungern lassen wollen. War dieser Mann irgendwie bekannt vorher? Hat es da schon vorher irgendwelche Zwischenfälle gegeben? Was wir gehört haben, hat es schon einen Zwischenfall gegeben. Er war in einem Gemeindebau und auch da hatte er Hunde schon im Keller. Wie geht es jetzt weiter? Wo sind jetzt die Tiere quasi hingekommen und was sind jetzt die nächsten Schritte? Die Tiere sind verteilt worden auf Tierheime und es ist auch ein Teil nach Wien gekommen, zu Tierschutz Austria. Und wie es weitergeht, wissen wir nicht. Die Behörden lassen uns deppert sterben. Wir kriegen überhaupt keine Informationen. Wir dürfen nicht das machen und wir dürfen nicht das machen, aber wir haben die Verantwortung trotzdem für die Tiere. Und wir werden machen, auch wenn es uns verboten wird. Also wir machen es, wie es die anderen machen, weiß ich nicht. Und wie es mit den Tieren weitergeht, wissen wir auch nicht. Also ich hoffe, dass die Behörden endlich einmal ein Tierhalteverbot, ein lebenslanges Aussprechen. Aber ob sie das dann tun, ist eine andere Frage. Kann man jetzt schon sagen, welche Krankheiten da die Tiere haben? Hat es ja schon vielleicht auch die ersten Untersuchungen gegeben? Ja, wir waren gestern schon mit einem Teil bei unserer Tierärztin. Also was jetzt ist, ist der Bewegungsapparat, ist bei den meisten nicht in Ordnung. Sie haben die Räude, sie haben Chiarien, das heißt sie haben Durchfall mit Parasiten. Das kriegt man aber alles in den Griff. Und psychisch sind sie ja eigentlich jetzt gar nicht so schlecht drauf, als froh sind frische Luft und endlich einmal saubere Betten und gutes Essen. Also wir werden es schon hinkriegen. Wenn sie sich jetzt nicht hängen lassen, weil es ihnen gut geht, weil das kann auch passieren, dann werden wir sicher alle das schaffen, die Tiere wieder aufzupäppeln. Wie können Sie sich das erklären, dass das aus der Nachbarschaft zum Beispiel auch so keiner mitbekommt? Also mitbekommen, die waren im Keller, da hört man nichts. Viele machen natürlich aus Angst auch die Augen zu und sagen nichts, weil sie wollen ja keinen Krieg in der Nachbarschaft. Das hören wir ja auch immer wieder. Ich will keinen Krieg in der Nachbarschaft, aber schaut mal dorthin. Die Leute sind einfach zu feig, um irgendwas zu sagen. Und sie könnten ja auch anonym anzeigen. Dort, ja, wie gesagt, die Tiere waren im Keller, da hat man das nicht gehört wahrscheinlich oder auch nicht sehen und hören wollen, weil angeblich, was ich so gehört habe, war er auch in der rechtsradikalen Szene unterwegs. Und da haben die Leute Angst. Und da haben die Leute Angst. Und da haben die Leute Angst. Und da haben die Leute Angst.